Tja, dass du dich einfach mal bewirbst und schaust dir das an und dann bist du ja schon da. Mein Name ist Franz Bichler und ich bin der Geschäftsführer und Eigentümer von Spurso. Uns gibt es das Wort Erteilung gar nicht. Wir verwenden da wirklich nur Team. Wir sind jetzt nicht die, die vor einen großen Businessplan rechnen, sondern wenn wir die Idee gut finden, dann machen wir das. Es wird bei uns in der Firma sogar gewünscht, dass man sich einmal im Jahr eine Weiterbildung aussucht. Ich finde es schön, dass ich nicht in die Firma komme und sagen muss, ich muss jetzt mit meinen Kollegen zusammenarbeiten, sondern ich darf mit meinen Freunden zusammenarbeiten. Hier ist kein Tag wie der andere und man ist immer gefordert und kann sich immer weiterentwickeln. Wir bekommen am Tag 8 Euro Essensgutscheine, die können wir in den umliegenden Restaurants einlösen. Warum du zu Spurso kommen solltest, ist einerseits unser Fitnesscenter-Angebot direkt im gleichen Haus. Ganz nach dem Motto, besser leben mit Spurso, was übrigens ein Motto ist, dass sich die Mitarbeiter gearbeitet haben. Das Leben bei Spurso ist wirklich besser, es ist schön. Kriege ich das eigentlich alles super und gut, dass ich arbeiten gehe, aber auch gleichzeitig immer noch in Mindeststudienzeit studiere und auch noch genug Zeit für Freizeit habe. Da fahren wir vier Tage wohin Skifahren, dann gibt es die Geburtstagsfeier von Spurso, dann haben wir einen Radausflugierlich, einen Wandertag. Wie gesagt, so einen Arbeitsgeber habe ich noch nie gehabt. Habe ich nie gedacht, dass sowas möglich ist. Ich muss noch weiterschauen, was ich im Leben so mache, aber Spurso wird mich begleiten. Ich dachte, das muss eine coole Firma sein. Und wie dann der E-Pack-Posten ausgeschrieben war, habe ich mir gedacht, das muss ich probieren. Gott sei Dank. Eine relativ blache Hierarchie, das heißt, es ist nicht auch alle bei Du, es ist wirklich schön und super und gemütlich bei uns. Ich glaube nicht, dass ich da so schnell wieder weggehe. Eigentlich kommt man jeden Tag dazu, weil einfach jeder Tag lustig ist. Wir arbeiten und haben aber unseren Spaß dabei. Man kriegt da immer was gezeigt, man lernt da immer was Neues dazu. Also vom Alter her würde ich das nicht beschränken oder vom Geschlecht her. Und es ist definitiv einer dieser Umgebung, wo man eine größere Familie fühlt, eher als nur ein Team. Also kurz gesagt, ich freue mich am Sonntag, dass ich am Montag jeden sehe. Engagiert sein, zielstrebig, lustig. Vertrieb woanders ist, generell mit mehr Druck verbunden. Bei Spurso, wie gesagt, ist es mehr familiär und darum arbeitet es sich auch leichter. Und wenn dir alles bis jetzt gefallen hat, was du gesehen hast, dann kommt auf Verwerbe rum. Spurso ist als Arbeitgeber legendär. Das will ich im Endeffekt eigentlich gar nicht mehr gehen. Nütze die Gelegenheit, nütze die Chance und die Folge aus. if I've got one message out there for you, I would say that whatever you do today, enjoy your life.